Das ist mein letzter Bericht bis zur Landung. Cornelia hat bei ihrer Expedition eine Entdeckung gemacht, dass die Affen von Primaten einer sehr niederen Art natürlich abstammen. Möglicherweise von den Menschen. Heute möchten wir Ihnen einen Menschen vorstellen, der sehr lernfähig ist. Das alles verdanken den neuen wissenschaftlichen Methoden. Ich versichere Ihnen, ich spreche nicht wie ein Papagei, sondern ich spreche, weil ich denke und ich verstehe das, was ihr sagt. Mein Name ist Ulysse. Wir müssen fliehen. Die meisten Menschen sind von der Stadt in den Wald geflohen, tief in den Wald. Packe das Nötigste zusammen. Die meisten Menschen sind von der Stadt. Die meisten Menschen sind von der Stadt. Schade sind von der Stadt. Vielen Dank.